Das ist Radio Galant. Das Wetter ist wie immer hart, 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 hart. Ich glaube, ich würde meine Gedanken lieber anhand eines konkreten Gegenstandes, also anhand meines neuen Films zum Beispiel, darlegen. Die Dürre hat den Boden ausgetrocknet. Wir haben eine Einsetzung, wir haben einen weiteren Brand. Ist hier eines, was so ein Träger frostet? Keine Einsetzung, der Mann! Feuer! Kannst schnell, eins, take eins. Die Pfade nach Dorothee Sturm, Brandstiftung in gleich zwei Fällen, ein Kinderheim und eine Pfade. You can have everything! Wackeln bitte! Und ätzen! Ich arbeite hier uns an der Rettung der Welt. Was? Ich denke, Sie suchen Ihre Tochter. Ja, mit einem Lied. Ich glaube, Sie müssen nicht glauben, ich bin unschuldig. Alle Mann auf den Hürden! Und wir zoomen raus! Und auf einem der Felder steht ein Schild mit der Aufschrift Feuer! Feuer!